Mau! Hallo Juren, wie geht's? Alles gut. Hallo. Oh, mein Schatz. Sind das Geschenke für den ganzen Monat? Nein, nur von dieser Woche. Sowohl die Kunden als auch die Marken sind sehr großzügig. Ich will das nicht rumliegen lassen, sonst glauben die, das wäre mir egal. Ah. Ich weiß, es sind viele, aber wenn ihr was davon haben wollt, dann greift zu. Aber André... ...hat mir eine Kleinigkeit dagelassen, die ich mir noch nicht angucken konnte. Danke. Eine Kleinigkeit. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Wie schön. Juren, das hier wäre was für dich. Hm? Hm? Ein paar Scheren sind hier auch. Die kannst du für deinen Salon benutzen. Hm. Schön wär's, wenn ich sowas geschenkt kriege. Wie meinst du das? Du kriegst es doch jetzt gerade geschenkt. Nimm's einfach an. Wunderschön. Wunderschön. Wunderschön.